recht herzlich willkommen zur 148 folge von towns ja hier sind wir drinnen im spiel oder wir wollen mal nach oben ne nach oben nicht nach unten so und gucken was unsere bäckerei macht die wir neu eingerichtet haben okay da geht es ein bisschen voran aber da kommt der nächste stein ok nur gucken dass das fertig wird top da kommen wir im fenster ein aber hier naja genau und dann kann man auch ein fenster draufsetzen da so hin das haben wir da 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 fehlt auch noch eins ja das ist der stein der da fehlt da muss noch das fenster hin da kommt neuer stein bitte hier hinsetzen aber ich mache das nicht weil er läuft schon so weit dahin aber das sind gerade fix beim steinebau auf als stelle der nächste kommt auch schon also könnte auch klappen da haben wir da die band gemacht wir machen das noch einer da läuft einer oben oben muss also auch noch was sein ich glaube hier beide oben gemacht ja sind nicht mehr viele löcher danach dann ist das hier oben zu so da geht da geht überall blau ja da auch funktioniert hier am rand haben wir auch was gut überall noch möglich ja dieser wäre noch schöner dann haben wir da auch noch ein fenster aber das dauert wohl noch ist gerade auch keiner hier unterwegs aber sie machen holz auf jeden fall da ist jetzt einer der holt noch mehr holz oder was holt er noch und er holt den stein aus der letzten ecke du glaubst es nicht was macht man denn mit dem stein und mit dem holz hat er eine kerze gebastelt okay auch gut kommt die da rein ne gut 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 fenster gestaltet sich schwierig oder sehe ich das aber da oben kommt einer ganz langsam der hat dann wahrscheinlich hunger oder muss schlafen hunger hat er und ich stirbte nicht vorher weg bevor er das gebracht hat super komm du darfst den ersten stein setzen und nicht den letzten geh du mal hier hin damit du dann was essen kannst und überlebst wird immer langsamer ne zum glück wo ist da auch was ja es sieht so aus als ob sich was zu essen geholt hat ok es sind noch 83 das war gerade was anderes was da kaputt gegangen ist zum glück ok dann können wir hier das letzte fenster setzen ja fenster sind gemacht eine tür ist gar nicht vorausgesetzt ok das bedeutet wir müssen nochmal da rein türen waren auch hier ok und dann können auch oben wieder steine noch drauf ok die tür ist ratzfatz da so steine nochmal und haben wir ich wollte gerade sagen da liegt einer aber das ist die auswahl da kommt schon ein stein wieder irgendwo der hinkommt ja auf der ecke da runter geschmissen dass das da hinkommt ne läuft drei drehmühlen es fehlt nur eine hier sind dann die backtische die nicht fertig werden weiß auch keiner warum ne naja wird werden ja pick 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 machen sie warum werden fenster nicht gemacht das ist eine gute frage ne naja gucken wir doch mal wie fenster hergestellt werden stone und glas dann fehlt uns das glas wahrscheinlich ne und glas gibt es äh hier da da sand und mut aber das müssen wir haben oder mut ne haben wir wohl nicht ne und hier oben wird gerade nicht abgebaut oder wie sehe ich das können wir hier mal reingucken ne da 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 ist mut null und sand ist so ein kleiner hauten ne wo ist der das farbe ne naja wo ist denn der kleine sandhaufen das ist nicht sehe ich jetzt gerade irgendwie nicht hä ist das ne snowpile hm ist es da drunter ne nicht wirklich vanity eigentlich auch nicht das strohgut ok da ist wer gekommen das sind dächer treppen und sowas und ofen ist da auch bei drei neue leute hm hier wurde es verpasst hier ist kein mut als sand da ist er ok haben wir auch nicht dann würde ich jetzt mal ganz einfach sagen hol den den raus oder was vielleicht geht es deswegen nicht warte mal kann man das abwählen ja genau machen wir erstmal alles weg das hat er nicht genommen das nimmt er sehr interessant das hat er auch genommen ich weiß jetzt nicht warum er das gerade nicht gemacht hat so end und anfangs und end käste muss hä verstehe ich jetzt nicht manche machte manche nicht keine ahnung warum oder eine ebene zu tief zu hoch ja sieht so aus das ist alles gemacht so jetzt nochmal den schick raus dick das machen wir jetzt mal gucken ob dick da richtig ist und nicht das andere das ist der unterschied zwischen meinen dick graben und ja stollenbau oder was mein ist aber ganz klar hier angesagt ne ich weiß nicht was der unterschied ist passiert aber bei beiden nix auch gut ne ok Fenster kommen noch nicht dafür das restliche ist sogar tatsächlich schon komplett fertig oder? das bedeutet Fenster erledigt Decke basteln oder erstmal die obere Etage hier ne ok ok das geht so nicht Shift Tasse nicht gerückt sondern die Steuerungstasse das war sehr unklug was kommt da? ein Tisch ah die Tische werden fertig cool da fehlt nur noch einer dann äh Spiel in Pause was passiert? ein Angriff oh da kommen einige mehr schwere Geschichte wir müssen mal gucken ja lass laufen wir werden es überleben denk ich ne aber lass uns mal schnell hier ein paar Sachen anziehen ist nur die Frage ob das schnell genug passiert ne er hat auch keine Schuhe ich hoffe die sind gerade nicht in der Nähe von dem Angriff holen sich natürlich jetzt nix ne ist auch klar komm zieht was an ok da ist schon was passiert was finden sie eigentlich verschieben? ne ne das bleibt immer schön mittig ah der Erste hat sich schon mal alles geholt bis auf eine Waffe das ist aber auch nicht schlimm so ist er erstmal geschützt der Zweite holt sich was das reicht für den Zweite Person auch eigentlich ja die anderen bitte noch keine Ahnung wo den laufen hier ist gleich fertig ich geh mal in die Ebene wo man was hört da würde man auch den Angriff hören ne ok einer ist schon gestorben den hat es erwischt schade gelaufen diese Person hat was hier geht es leider auch minimal voran hm der Angriff schon durch ist weiß ich nicht hier ist eine Brustplatte angezogen worden zwei sind gestorben sehe ich gerade aber nicht zwei hier raus oder hat sich das gerade überschnitten äh drei hier raus tot ja das ist gerade schlecht gelaufen würde ich sagen die sind gerade alle vor Ort ne ist klar jetzt ist nur noch die und wo läuft die rum da oben die holt sich gerade da eine Rüstung und die geht jetzt runter um zu sterben wahrscheinlich ist noch jemand anders gestorben oh oh sind aber viele gestorben jetzt ich glaube das war sie jetzt ne jo hat gut geklappt da sterben noch mehr das war jetzt nicht so toll ne aber da sind natürlich auch ganz viele übereinander guck dir das an ok dann kann man schon mal sterben ne das ist ja jetzt richtig doof gelaufen wenn so viele bei dem Angriff drauf gehen und da kommen noch welche das war ein großer Angriff oder was sieben Helden neun Verluste zurzeit ok die Helden die laufen weg unsere eigene Leute nicht die sterben wahrscheinlich eher ok aber der Angriff ist jetzt wahrscheinlich durch aber teuer bezahlt nicht so doll da hat schon gerade einer ne Kiste zur Werbung geholt hier steht jemand noch rum ok der hat sich eine neue Waffe geholt der hält ok der hat sich eine Kugel da weggenommen anstatt jetzt hier irgendwie mal gerade jemanden zu beerdigen ne auch krass oder naja was will man machen ok da wird noch jemand beerdigt dann hm wieso der da jetzt auch nicht weg transportiert ist weiß ich immer noch nicht das ist schon ewig da glaub ne delete text rotate destroy tomb ich glaub wir machen das der liegt da nämlich glaub schon ewig ok open candlestick achso das ist ne kerze ich war im überlegen was das ist barbarian corpse ok human corpse und da auch noch einer ist die Frage wann die dann mal geholt werden ein bisschen ein bisschen stink cloud haben wir hier miasma ist das glaube ich bei dwarf fortress ok das war was anderes ok da sind wir auf jeden fall schlecht weg gekommen aber das können wir jetzt auch nicht ändern wie sieht es mit der happiness aus 19 von 80 ist klar der raum ist bis auf einen tisch ausgeführt das ist cool fenster sind nicht gemacht weil hier wahrscheinlich auch kein ding ins gemacht wird ne ah schade ja jetzt die frage wie wir den berg da abbauen machen wir hier meinen hin ob es auf der etage läuft ja hier unten ist auch schon ausgewählt sehe ich gerade diesen berg möchte keiner abbauen sehr schlecht und das wäre dick funktioniert aber gar nicht doch eine etage tiefer das würde bedeuten jetzt müssten die oberen drei lösen so auch nicht dick dick ok interessant eben stand mein jetzt steht dick hier können wir dicken können wir dann in der zweiten reihe meinen hier zum beispiel nein hier steht überall dick keine ahnung warum dick dick komme ich nicht mit klar also komme ich schon mit klar aber warum so weiß keiner ne hm hm jetzt haben wir hier ganz viel ausgewählt aber es passiert nichts das ist sehr schade so hier oben Dach fertig oder wie sieht so aus alles abgelegt ich mache jetzt auch nichts neues weil ich ganz gerne jetzt sehen möchte dass hier was abgebaut wird aber warum wird das nicht abgebaut mein und so macht man dick also wenn ich nur die oberfläche so mache ich mein und nur oberfläche auswählen macht man dick interessant hm hm komisch aber das problem ist dass keiner macht das wäre dann schön wenn das mal einer machen würde ne ok hier oh da und die person kann ich runter und die auch nicht das ist schlecht schnell schnell ding ins bauen es gab und ich baue den dahin nicht ausgewählt oder was ach so die ziehen sich ja geht das dann weiß ich nicht da kommt auf jeden fall einer was mit den beiden können jetzt runter nicht unbedingt jetzt den zweiten da oben drauf geht es dann ne der eine ging schon so runter ne super der andere auch naja lass ja egal ist nicht schlimm wenn da zwei stehen sollten Unfallverhütungsvorschriften dann eingehalten wenn da zwei sind wahrscheinlich ne so sand wo bauen wir denn sand ab wenn hier zum beispiel mein gucken wir mal ob sand abgebaut wird wer ist das denn da i let the sasai erntehelfer ok noch der macht lebt noch ich dachte der tot ist die frage ob da einer hingeht und der es abbaut sieht jetzt wirklich nicht auch so aus ne so ne passiert auch nichts da passiert auch nichts gut ok dann würde ich sagen sind wir hier soweit erstmal durch fenster passieren nicht hier baut keiner das ab das schlecht keine ahnung warum fängt es wieder buggy an zu werden oder so könnte auch sein 40 von 80 haben wir und ich würde sagen für die folge soll es auch reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch mit dabei seid bis dann tschüss bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann